einen wunderschönen guten morgen in den morgen bei blacktree gaming medieval dynasty mit links dem junior und rechts dem film und ich habe mir ein bisschen neue modische sachen zugelegt hauptsache strohkot auf dem hirn also kriegst gleich sonnenbrand ich nicht ich habe einen und in der schritt hier vorne unser neubaugebiet energiewende 2.0 genau ich gehe in rechte nach piastoria da gaben noch niemals mit zum verkaufen zum beispiel stein aber jetzt stein pfeile genommen stein messer kunst 20 mitnehmen stein spitzhacken kunst sehen mitnehmen stein sichern kann auch sehen mitnehmen alles verticken wir brauchen die kohle rockenkorn wird man gebrauchen ich sag dir wie viel felder 66 gruppen korn bitte und wir haben ferkel gekriegt und wenn schon geil ja aber männliches werkel verkaufen dann brauchst du noch ich ja du ja ich habe gerade so circa 100 kilo zu viel auswärts in dem film ja hätte ich aber was machen gehen können das mache ich komplett weg ich kann ich jetzt sammertime in the summer time and the weather was hot käfer oder armeisen auf dem boden geil aber noch nie gesehen aus der bärenzeit nicht schon was fehlt noch stöcke und steine decke und steine ich finde stein sicher verbraten bis zu weiten zu ernten jetzt so viel ja die kinder dem arsch also ich laufe jetzt rüber nach piastopia und leute anwerben und sachen verkaufen ja und du sagst du sagst du bräuchtes nach oben korn ja wie viel 66 erinnere mich nachher noch mal dran hast du hast du noch geld ist nicht reich ja in der kiste geil wenn es so schnell geht mit den schweinchen das ist gut das wäre geil also wenn es erwachsen ist dann kriegen wir auch fettkode dafür oder ich schätze 3 400 aber dadurch dass man halt so eine hohe frequenz hat was wenn das ist wir haben die ende winter gekriegt und sagen wir der erste sommer heißt etwas mehr als ein jahreszeit du kriegst dann theoretisch drei oder vier im jahr ja wieviel gehen da rein da eine begrenzung in welcher ja gibt es oh mein zwei ferkel sogar gekriegt in welcher kiste sind die menschen ach in deiner fünf ferkel gehen da nur rein wir bräuchten fünf schweine insgesamt wir bräuchten dann noch einen zweiten stall und aufzucht stall der grundsätzlich muss man das ganze tier thema noch mal nach dem scheiß bin voll ab nach pierswovia was kann ob es irgendwann einen zweiten schweinestall gibt wo es dann um mehr rein geht vielleicht gibt es eine zweite stufe muss man gucken beim tier ding ich muss erst abladen ich bin quasi überladen bis zum anschlag gerade noch bewegen technology es gibt es leider nicht noch die windmühle ganz am fluss ja gut das ist es ist noch weit weg ich habe ein kaninchen mit fäusten erschlagen ja das kam mir so entgegen gerannt und zufälligerweise war ich gerade boxkampf trainieren es kam dir so entgegen das war ja das ist aber auch das sehr teuer mit bilden und mit holz brepperbach ja ja aber es ist gut dass wir es haben glaubt dann kann man mit 2000 wir können gleich vier leute anwerben bei der haus gleich fertig wenn triplation reicht können sie auch erst mal nicht männern weichen zusammenstecken sondern wir entlassen dass sie sich nicht um von mir ist aber rocken was gibts wie gehst ne lieber rockenkorn ich muss erst noch kurz Sachen verkaufen Sie sagten mir, dass ich rausgekommen bis in die Nacht. Und in der Sommer haben sie ein Problem mit dem, all of a sudden. Wenn ich eine Karte für jeden Buck in meinem Tag hätte, würde ich riecher als der König sein. Nur heute! Bye, bye, Badabla! Goodbye! Hallo da! Kann ich dich interessieren? 66 So, also da wir jetzt ja zwei Häuser haben erstmal, reichte jetzt erstmal, baue ich jetzt erstmal nochmal einen Holzverdacht und einen Karbenschuppen, oder? Ja So, die Leute sind dahinten Da waren 98 Stöcke im Wasserlege liegen Die hab ich vorher rausgehoffen, weil ich nicht mehr bewegen konnte und hab sie dann vergessen Ja Ich hab auch irgendwann mal 40 Stöcke weggebrochen, aber hab ich dann nicht mehr gefunden Stöcke haben wir jetzt 427 Lager Das sollte erstmal reichen, da kann ich da bissl Unter Tränen vielleicht Holz machen lassen Ja, genau Die Bindung habe ich jetzt hier nur mit zwei Ja, zwei ist schon wenig Wie überlaufen wir noch in die anderen Dörren, guck mal Aber hier ist eine, die hat dann alle zwei Aber das ist auch nicht gut, oder? Ich bin nicht superstitious Aber ich bin ein bisschen superstitious Dann laufen hier in ein anderes Dorf Ab nach Klonika Wie macht das? Drei und zwei Steine Ja Jeden Auf Zieht Naja Ich bin nicht Ich bin nicht Ich bin nicht Was ist das? Wie macht es das? Ich bin nicht 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 ich kenne mich auch ich gehe mal kurz das team zu groß Hallo? Hallo? Guckoo? No, it's King Sweet and I'm on. 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 I've got no milk. Okay, give me a hug. Sind Elche aggressiv? Hm? Sind Elche aggressiv? Nö, ich hab mich wieder doppelt. Ja. Ich geh mal kurz raus. Ich geh mal kurz raus. Disconnected. Connected. So. Jetzt. Hallo? Ja. Kann ich kurz hoch, sorry. Ja. Ich hab Stiefel gefunden. Ja gut, kannst du entweder behalten, wenn sie Kälte gedöhnt haben oder halt verkaufen. Und ne Eisenachs. Oder liegt einer? Ne Eisenachs? Ja. Trinkt richtig kält. Naja, ich glaub die nicht. Weil die ist, hat 0,1% Haltbarkeit. Oh egal. Ich glaub die Haltbarkeit zählt nicht. Sicher? Wär's einfach. Wenn du in irgendeinem Dorf bist, dann verkauf's. Also hier im Sumpf sind ja richtig viele kaputte Dinger. hahaaah. Oh, oh, oh. Oh, da habe ich eingeschlossen. Oh, dritter Holzfäller steht auch. Perfekt. Da mal Ried ein, dann liegt so viel Ried rum. Nee, jetzt brauchen wir zwar gar nicht mehr so viel, aber wir brauchen ein bisschen was da. Ja, Überleben, Fertigkeiten. Überleben sind, erkennen von Stöcken, Steinen, Pilzen, Federn und Kräutern im Prüfmodus. Also hier ist es schon schön. Oh, wo bist du denn? Klonika. Oh, naja, da waren wir ja, wo wir uns alles angeschaut haben. Oh, hier sind sie heruntergekommen, das heißt. Hoffentlich ist da jetzt einer. Ob wir haben kannst. Na ja, also... Ich sehe gerade gar keine. Ah, die sind da hinten. Drei, zwei und eins. Ist Mann. Es ist egal, da haben wir zwei Häuser jetzt. Wartwurscht. Ähm... The weather is about to change. Mit Steinen, Wolf, die sollen. I feel it in my left elbow. Wunderbar, wunderbar. Perfekt. Oh, wir haben drei bei Überleben. Machen wir aber nicht, oder? Ne. Weißt du, wie man das macht, mit dem Zuweisen und so? Ne. Willst du das mal machen? Kann ich machen. Du kannst jetzt auf die Figur gehen, praktisch. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst ja wieder auf ein Haus gehen und sie dann zuweisen. Ja, wenn du jetzt aber beide Sachen eh zuweisen musst, dann gehst du ein bisschen auf ihre Figur. Mhm. Und dann kannst du ihr ein Haus zuweisen. Und einen Arbeitsplatz. So siehst du dann immer, wie viele Leute schon gerade im Arbeitsplatz drin sind und so weiter. Wie? Was? Wie? Also, im Verwaltungsmenü, oder? Ja, genau. Im Verwaltungsmanagement, ja. Da muss irgendwo Person sein oder die Einwohner. Ja. So, du klickst jetzt an. Siehst du an. Da ist er jetzt. Ah? Den klickst du jetzt an, den. Den Cislav, heißt der. Ja, den, wo er halt noch kein Zuhause hat, das siehst du ja auch. Ja, das sehe ich. Ja. Und jetzt? Also, jetzt gibt es auf der rechten Seite, sie kannst du denen dann ein Haus zuweisen und einen Arbeitsplatz zuweisen. Ah. Haus? Egal welches, oder? Das ist jetzt gerade, ja. Also, es gibt ja nur die zwei Freien, also. Ja. Und Arbeitsplatz? Der macht dann Holzschuppen, oder? Der kann Gewinnung, oder? Mhm. Ja, eben als er dann in Holzschuppen stecken, genau. Und jetzt ist er versorgt. Ja, nee, ja. Jetzt, also jetzt, genau. Der wohnt jetzt und hat jetzt Haus. Und jetzt sind oberlings sind alle Icons weg. Ja. Ja, dann gibt es keine Probleme. Ja, das stimmt. Oh, jetzt gehst du, aber jetzt musst du noch auf den Holzschuppen, oder? Das kann ich auch von hier aus verwalten. Was der machen soll. Oh, ist das? Das muss ich nicht machen, das mache ich von hier. Oh, es ist hier wieder. Oh, es ist hier wieder. Und so ist das, was der noch mal ein Kleiner könnte noch Breiter machen. Die brauchen wir ja auch. Have a good day. Ich glaube, ich brauche mir hier ein Lagerfeuer. Ein Pen, oder was? Nee, wir haben jetzt 19 Uhr. Bis ich zurück bin, ist zu spät. Ja, wir haben so... Arim ist gerade eh irgendwie nicht da. Müsste jetzt eh nochmal ein Holzschuppen. My worries never disappoint. Take care. My head, of course. Am I too demanding? I can't do it. Abinutada. Hallo. Again? Was ist mir, wie du für'shören? Mario? Ich brauche keine Städte für ein Lager früher. Ja, kommst du heute nicht heim, oder was? Haben wir jetzt schon neue Einwohner gekriegt? Ja, einer. Einer, okay, super. Schon zugewiesen. Perfekt, danke dir. Ja, der Arjen hat schon mir heute zugewiesen und hat mich wieder. Ist alles schwer, glaube ich. Soll ich mal kommen? Ich gehe mal auf den Teamstück, vielleicht bin es ja ich. Oh, okay. User disconnected from your channel. User entered your channel. User entered your channel. Oh, okay. Ihr gebt Bescheid, wenn ihr schlafen wollt. Ja, ich bin jetzt gerade noch da oben und hole noch kurz ein paar Bäume. Das ist wieder doppelt. Und dann würde ich runterkommen. Komisch. Ja. Ich komme beladen zurück. Dauert kurz. Na, da bringe ich hier noch den Dünger aus. Noch anziehen. Oh, Eselstall. Yo. Was können wir eigentlich mit dem Esel machen? Der kann richtig viel transportieren. Mehr als mit dem Esel kannst du mit keinem Vieh transportieren. Doch, mit der Sau. Mit dem Vater. Ja, das war's. Ah, das war's. Kleinen Spaß, du meinst hier mal anrufen. Hm. Ähm, checkst du mal noch? Ich habe mal geguckt, wie ich einstellen. Ich habe... ...dem jetzt noch Bretter machen lassen. Schätzlich. Mhm. Okay. Ja, das ist meistens so ein, zwei Tage, bis ich dann einpendelt habe. Ja. So, okay, okay, dann können wir nicht schlafen gehen. Okay. Ich lauf grad zurück zum Haus. Ich darf gerne noch einer noch abmoderieren. Ja, machen wir natürlich. Dann... Wir bedanken uns natürlich ganz herzlich. Du gucken, lasst ein Abo und ein Like da. Und... ...hoffe, ihr feiert es genauso wie wir. Ja, total. Auch wenn wir jetzt gerade ein bisschen konzentrierter wieder waren, aber... Na gut. Ich war nicht da. Ja, gut, aber... Ja. Vielen Dank fürs Zubeln. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.